Heute nun trat Bundesgesundheitsminister Lauterbach mitten in der politischen Sommerpause vor die Kameras, um für das elektronische Rezept zu trommeln, das E-Rezept. Und das funktioniert so. Sie können das digitale Rezept in der Apotheke mit Ihrer Gesundheitskarte einlösen. Oder mit der E-Rezept-App auf dem Smartphone, eine kostenlose App, die digitale Rezepte vom Arzt empfangen kann. Oder wieder auf Papier, aber nicht der kleine rosa Zettel, sondern ein spezieller Code aus der Arztpraxis. Die Zettelwirtschaft beim Rezept einlösen soll also nun 2024 enden, aber ziehen da auch alle mit? Auch die Technik? Kontrollbesuch des Gesundheitsministers in einer kardiologischen Praxis in Berlin. Lauterbach will wissen, wie es mit dem E-Rezept läuft. Seit Juli ist es möglich, elektronische Rezepte per Chipkarte einzulösen. Es ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr vertretbar, dass wir in der heutigen Zeit noch immer die Rezepte über Papier ausdrucken. Das ist nicht vertretbar. Insgesamt gilt, wir sind im Bereich der Digitalisierung unseres Gesundheitssystems ein Entwicklungsland. Das ist leider so. Lauterbach auf Werbetour für das E-Rezept. Bislang wird das von rund 5000 deutschen Praxen genutzt. Ab kommenden Jahr sollen Ärzte verpflichtet werden, Verschreibungen elektronisch auszustellen. In der Haushaltspraxis bei Dr. Specht in München. Hier spielt das E-Rezept, vor allem wegen technischer Probleme, bislang keine große Rolle. Prinzipiell bin ich dafür, dass in der Medizin digitalisiert wird und ich halte das E-Rezept auch für gut. Es ist bloß im Moment noch im Stadium des Experimentes. Es sind viel zu viele Fehler. Es ist eigentlich für uns im Moment noch nicht in einem Zustand, dass wir es regelmäßig anwenden können. Das Ende der Zettelwirtschaft in Apotheken und Praxen ist bereits seit Jahren in Planung. Lauterbach hat Ärzte und Apotheker aufgefordert, bei der Digitalisierung mitzuziehen und nicht zu blockieren. Das E-Rezept ist erst der Anfang. Ende August soll die digitale Patientenakte vom Kabinett verabschiedet werden. Reden wir darüber mit dem Chef der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch. Herr Brüsch, schönen guten Abend. Haben Sie denn schon mal so ein E-Rezept bekommen und eingelöst? Ging da alles glatt und einfach? Ich denke mal, so wie es fast allen geht, ich habe kein E-Rezept bekommen, auch nicht eingelöst. Aber ich habe eine E-Akte und kenne das Problem, nämlich dass die meisten Ärztinnen und Ärzten damit gar nicht umgehen können. Ja, jetzt sollte dieses E-Rezept ja eigentlich schon letztes Jahr starten. Sind es denn die Ärzte, die da so bremsen oder wer hat was verpennt? Also tatsächlich investieren wir ja schon seit 20 Jahren Milliarden in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und bisher wurde gebremst, gestoppt. Und es ist tatsächlich so, dass bei dem derzeitigen E-Rezept die Ärzte wieder noch nicht stand-by sind. Bin also gespannt, ob dann Anfang des nächsten Jahres auch alles laufen wird. Ja, und der Startschuss, der fällt ja dann schon in vier Monaten. Wenn da nicht alle mitziehen, das sind ja auch Investitionskosten und Softwarefehler, Herr Brüsch, die wird es ja auch immer geben, oder? Sie haben vollkommen recht. Nur fragt man sich, warum bisher jahrelang das nicht zu Ende geführt worden ist. Die ganze Sache hätte ja schon seit Jahren laufen müssen. Also Zeit genug war da. Aber man fragt sich, wo sind die 65.000 Praxen in Deutschland, die ja endlich mal online gehen. Denn Patientinnen und Patienten schicken immer noch als Boten die Informationen zwischen den Fachärzten und den Hausärzten hin und her. Die CDs werden ausgetauscht, Papier werden ausgetauscht. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Herr Brüsch, was ich noch wissen wollte, was machen denn eigentlich ältere Menschen, die jetzt zum Beispiel kein Smartphone besitzen oder wenig Erfahrung im Umgang mit Computern haben? Müssen die wieder mühsam in die Praxis und in die Apotheken laufen? Ja, genau das ist der Punkt. Wir müssen auch diese Menschen mit einbeziehen. Das Smartphone ist nicht für alle umgänglich. Nicht jeder hat einen Internetzugang. Deswegen muss der Gesundheitsminister auch dafür sorgen, dass diese Dinge dann auch eingescannt werden. Ob beim Arzt oder im Krankenhaus oder bei der Krankenkasse ist mir vollkommen egal. Die Menschen können nicht alleingelassen werden. Und vergessen wir nicht, gerade die alten Menschen, die ja hochbetagt sind, die müssen auch ihre alten Informationen eingebunden haben. Das sieht der Minister zurzeit gar nicht vor. Aber darum geht es doch. Gut therapieren kann ich nur, wenn ich auch als Arzt weiß, was ist in den letzten fünf oder sechs Jahren diagnostiziert und therapiert worden. Das fordert der Patientenschützer Eugen Brüsch. Vielen Dank. Alles Gute, Herr Scheider. Adieu. Adieu.